Was ist eigentlich Apartheid? Haft ohne Anklage, nur für Palästinenserinnen. Was ist eigentlich Apartheid? Staatsbürgerschaft, nur für Israelis. Was ist eigentlich Apartheid? Hauszerstörungen, nur für Palästinenserinnen. Entwanderung, nur für Israelis. Diskriminierende Gesetze, nur für Palästinenserinnen. Kein Recht auf Rückkehr, nur für Palästinenserinnen. Verbrechen ohne Anklage, nur für Israelis. Baugenehmigung, nur für Israelis. Straßen und Nutzer, nur für Israelis. Freiein, Freiein, für die Freiein, für die Freiein, für die Freiein, für die Freiein.